Und jetzt nach Kapfenberg, beziehungsweise die Kapfenberger kommen zu uns. Diese Gruppe heißt Kapfenberg-Bass. Der Obmann ist der Hannes Derler. Ich hätte gerne seine Telefonnummer dazu geschrieben, als wäre er ihn anrufen will. Ich verrate es jetzt nicht, aber natürlich ist jede Gruppe bemüht, immer wieder neue Mitglieder zu haben. Auch der Hannes Derler. 2008 wurde diese Gruppe gegründet und ist 16 Mitglieder stark. Applaus für unsere Freunde aus der Steiermark, aus Kapfenberg. Auch hier sind die Ausstatter erwähnt. Der Hannes Derler ist zuständig für Maskenfell und natürlich auch für die Felle Schlüsselmeier. Und Sie sehen, es wurde wirklich nicht gespart. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheuert. Sicherheit ist das oberste Gebot bei dieser Veranstaltung. Und das Sicherheitspersonal, die Security, sind mit Segways unterwegs, um immer vor Ort zu sein. Aber es ist eine friedliche Veranstaltung und eine tolle Stimmung auf dem Hauptplatzier. Danke dafür. Auch die Kapfenberger haben Nachwuchs. Ein Engel verteilt hier ihre Gaben und eine kleine Bercht ist auch dabei. Also, Jugend in Vereinen ist immer wieder was Gutes. Sie haben eine Aufgabe und werden das Brauchtum auch weiterhin pflegen. Dankeschön, Kapfenberg. Das war noch mal ein ganz nennen, furchtlosen Jungen, ein Wurschen und ein kleines Mädchen. Also, wie gesagt, die Bercht, die sind jetzt wirklich Topfer. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020